Hallo, wir haben heute den 29. Januar 2017 und wollten gerne mal testen, wie viel die Anytimebox wirklich aushält. Das heißt, bisher haben wir sie maximal mit 31,5 Kilo angegeben, aber mit 50 Kilo bereits getestet. Und um das mal richtig zu demonstrieren, würde ich persönlich mit meinen 75 Kilo circa gleich mal da reinklettern. So, Praxistest, Martin. Ich kann dich jetzt nicht mehr halten, du. Warte mal, wir gucken mal. Okay, warte mal kurz. Bis zum nächsten Mal. 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 sont r로 tape rein. Dann, ab trinkt mal kurz um Lucky predictions. Vielen Dank.